hallo und willkommen zurück bei 7 days to die let's play together mit der tibra grüß euch mit dem anduin grüß euch so da ist eine kiste aufgestellt da können wir reinmüllen müll müll damit wir nicht immer da durch den slalom laufen müssen ja genau so wir sind etwas früher dran also da gehe ich nicht raus wenn ich raus dass du es vor vier da so spontan ja warum weil wir die zeit nutzen wollen und da bei uns in der siedlung die letzten häuser nutzen ja und ich mache jagd auf autos und du magst jagd auf autos ich bin unbedingt ein mini bike und wir brauchen allerdings auch noch das buch das mini bike buch ja ich glaube ich habe die die sitzbank das chassi habe ich geschaut ob du ein mini bauen kannst ja ein mini hätte ich gern rum rum so wie bei italian job gut okay gehen wir nachsehen ob hunde da sind ja ich stelle mich mal auf die kreuzung okay und schau ob was in die stopptafel beißt na tut sich nix alles ruhig will nicht niemand deine stopptafel antatschen niemand will meine stopptafel und ich kann ja lesen ich tatsch nicht an so wo haben wir eigentlich aufgehört was da in der in der straße mensch also dieses haus da ist garantiert noch nicht weil da ist eine gedühl ganz okay da vorne äh huscht aber in der straße mensch schaffte sie das einfach an herinnen sehr fein ah da steht in der kiste waren wir das ne so gut da waren wir noch nicht okay ich zerleg alles nein nur mit wichtigen sachen den rest schmeiß ich raus das wird zerlegt das wird zerlegt weil ich krieg so viel klaus verknetzer von dem ganzen ich mach die küche ich bin dafür dass man in der nächsten staffel irgend so ein kleines häuschen adaptieren wie was ein kleines häuschen adaptiert für ein einfamilienhäuschen in den bergen quasi ja ich hätte wieder gern komplett von grund auf was gebaut ja das können wir dann auch machen ist okay ist genehmigt das war also richtig mit fallen drumherum aber nicht so wie jetzt so groß okay ja relativ klein was turm ähnliches für uns was turm ähnliches oder two towers zweitürme damit die fläche relativ klein bleibt dafür eine gefallene runden vielleicht sogar in die tiefe dass sie fall schaden kriegen oder so ja ist eine gute idee der hat sich ein konzept überlegen also du bist es doch der kopf na na muss gerne durch so wo war ich da kühlerschrank ja ich höre sie ich höre sie alle oben hast du schon alles nein gut dachboden habe ich bin gleich direkt drauf da da habe ich schon einiges das ist leer ok du kommst von der anderen seite ne ja nett blödsinn was denn ich habe keine ahnung keine ahnung oh nee habe ich entdeckt da gerade einen aussetzer gehabt was das sein soll ähm hunting rifle schimmer da hast du das schon gut das weiß ich nicht ich schaue gerade ob ich das nicht schon kann aber wenn es das du noch nicht hast siehst aber glaube ich nur wenn du Teile hast ob du das zusammenbauen kannst weißt ach so aber ich habe es doch glaube ich schon gelesen man sieht es leider nicht nein man sieht leider nicht was man kann was man nicht kann das ist ja ich weiß auch nie was ich kann oder was ich nicht kann besser zeigt es an aber durch das dass du nicht das ganze gewehr bauen kannst kannst du es eingeben es wird dir nichts angezeigt das ist leider nicht das ist schlecht das hätten es ok ähm willst du es haben ja gern also wenn du dir sicher bist ich bin mir eben nicht sicher aber kein problem ich lege das in den schreibtisch rein ok ja wir können es aber so machen ich nehme es einmal mit ja geht auch und ich schaue dann wenn wir wieder retour sein in der base so ich glaube dieses Etopulismus haben wir ja ist ja auch schlecht wenn sich leer und ich kann es schon könnte auch sein äh Keller äh hätte ich nicht gesehen hat es keinen gegeben ok glaube ich nicht gut dann hätten wir das das gegenüber das haben wir schon ok das weiß ich definitiv ich glaube nicht dass wir das vordere da schon hatten ja aber das gegenüber hatten wir noch nicht ja ist ja gut ja ja gespürt werden wer nicht schon wieder gespürt ich hab gar nix drin hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir nach ja ja, komm ich habe nur noch einen Wurfchen Kacke. Komm rein. Gib mir mehr. Ja, komm mal. Jetzt stehen da mir aber hin. So. So. Vielleicht kann man ja hinten raus. So lange es hier ein Hund ist, stopp. Der Hund kommt da durch. Ist das ein Ringer? Ja, schon bei mir. Wie kommen die schon rein? Und ich komme weg. Dumm gelaufen. Kacke. Ja. Ich brinche mal. Oh, das kommt nicht schon. Ich sehe. So. Ich laufe mal retour. Das gibt es ja nicht. Warum? So schön ruhig war es. So. Jetzt ist keiner da. Ähm. Ja, ich werde mir die Reserve nehmen. Ich habe jetzt verwirrt mit dem Hintereingang raus. Und dann sofort nach vorne. Ach, du bist durch den Hintereingang raus. Ja. Ich habe die Tür rausgehauen. Du, du, du. Ich lege das jetzt alles da rein. Das können wir... Mhm. Ein weißes Röckchen. Das können wir scrappen. ... 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 Irgendwo habe ich jetzt einen Hund gehört. Ja, ich auch. ... ... ... ... ... ... ... Der ist hoffentlich an meinen Knochen erschreckt. Ich höre ihn. Ich höre ihn definitiv. Kann das sein, dass du ihn nur mitgenommen hast? ... 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 noch rechtzeitig gekillt. Ist doch cool. Oh, jetzt ist er weg. Ich trau dem nicht. Verdammt, darf ich den keine Crossbook. Oh, doch, ich hab... Das kann ihm kein Weg verfügen. Das ist er ganz weg. Kann natürlich sein, dass er despond ist. So, ich bin am Weg zu dir. Ja, passt, passt. Es ist alles ruhig. Warte, bis ich komme. Ich mische wieder auf. Du meinst, das liegt an dir. Ah, ja. Jetzt müsste ich nur noch wissen, da liegen Reichen auf der Straße. Okay. Jetzt hast du mal wieder gucken kurz. Aha, bei dir oder bei mir? Ich bin... Wo muss ich hin? Ah, da. Ich bin hinten in der Küche im Gebäude. Ja, ich bin... Ah, mein Rucksack. Juhu, mein Rucksack. Ich werde mich noch mal kurz um... Ich brauche... Frames. So. Okay. Und da werden wir mal wieder voll. Hm. Ich bin leer. Ich bin leer. So, ich nehme dich. Sessel nehme ich immer mit, weil das immer... Oh, violette Range. Cool. Sag mal, Juhu, wo ist das Weibs-Stück? Ist sicher ein Weibs-Stück? Ist sicher ein Weibs-Stück? Die war ja eh schon komplett im Endeffekt. So. Okay. Oh, was haben wir denn da? Vollstrecker-Magazin. Super. Die Bettlektüre. Okay, dann gehe ich dann doch mal aufs Dach. Kannst du Holz oder irgendwas? Äh, Pistols. Hast du Pistolen schon gelernt? Oh. Wow. Keine Ahnung. Da... Ich hab echt keine Ahnung. Ich muss mich in der Nacht hinstellen nochmal. Und probieren. Okay. Kannst du erspalten, dass ich letztens gemacht habe, weil es jetzt schon wieder nicht, was ich alles kann. Achja. Ja. Dadurch, dass es so viele Sachen sind. So. Was tun wir jetzt mit dem Holz? Ähm, machen wir Woodframes draus, bevor wir es wegschmeißen. Woodframes sind immer gut, außer du hast gesagt, du brauchst welche. Ich hab zwar gerade welche, äh... Okay. Geh mal zur Seite. Jetzt keinen Stress machen da. Warum? Ich hab... Ich hab... Der Zaun bestresst genug. Geh, geh zur Seite. Ich will da durch. Ach, da waren wir ja schon. Da komme ich wieder raus. Nein, wirklich. So, aber da war ja trotzdem ein Dachboden. Du hast die Leute übersehen. Nein, ich war oben. Ach, du hast das schon. Ja, ja. Und lass mich rauf jetzt so zum Vorsprung. Ja, ja. So, ähm... Leere Müll. Ich hab wirklich alles geliebt. Und nichts mehr da. Nichts lassen sind über die Frauen. Das letzte Hemd wieder rausgenommen. Ist auch das letzte. Ah ja, da ist sie. Soll ich wieder zumachen oder gehen wir? Oh, gehen wir. Die kommt, gell? Äh. Ah, Hund. Wo, 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 wo? Ah, du Kacke, wo? Hinter dir. Mit mir nicht, du Saftsack. Ich geb Feuerschutz. Impositor. Ich geb Feuerschutz. Äh, hinter dir. Aber die hole ich noch. Scheißhunde. Hat er die erwischt? Ja. Kleine. Unnötige. Töle. Braucht echt kein Schwein. Aber sie machen spannend. Ahahaha. So, das Haus da hatten wir schon. Aber ich muss eigentlich retour. Ich bin voll. Ach, okay. Na dann machen wir das gleich. Oder kannst du noch sehr viel? Ich, ich hab ausgeräumt. Ich kann. Ich kann. Dann geht's weiter. Sehr klar. Frauen können natürlich immer. Da hab ich keine Rücksicht genommen auf einen armen Mann. Dieses Haus hatten wir schon. Das ist schon entleert. Das Haus. Okay. Dann raus. Kann nicht mehr. Es gibt nichts mehr hier. Gegenüber waren wir noch nicht. Ja, da, da geht noch was. Da. Ein bisschen was geht immer. Sozusagen. Mensch, spaziert. Ja, Moment. Ich glaub, ich bin ja... Zu spät. Ha. Bücherregal. Ah, Scheiße. Das andere war hier. So, ein Pass. Hier. Jetzt hätten wir mal schauen, dass wir irgendwo zusammenlegen können oder so. Ja. Schau. Küche. Mach mal gleich da im Kühlschrank. Okay. Leg mal rein. Äh, da sind zwei Wasser. Da lege ich gleich mal die zwei, was ich da hab dazu. Und den Spiritus hast du. Nein. Eine Schiene. Nein. Äh. Dose Birnen. Nein. Plastikmaterial. Hast du diese Teile? Ehm. 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 Elektronikkomponents. Nein, nein. Warte. Elektronikpart. Ja, passt. Schmeiß ich da rein. Fellspitze aus Eisen. Nein. Papier. Äh. 7,62mm Patronen. Papier habe ich neu. Leeres Glas. Nein. Ein Balkenglas. Patronenhülse. Nein. Äh. Dollarscheine. Nein. Knochenfett, Tierhaut. Äh. Iron, ja. Knochenfett und Tierhaut. Nein, habe ich auch nicht. Kaffee. Nein. Sandwich. Nein. 9mm Patronen. Lass ich da. Bei mir. Ähm. Was habe ich da? Dosen Nudeln. Nudeln. Nein. Gut. Aber ich habe jetzt wieder drei frei. Sehr gut. Da geht was. Der Rest gehört hier was da drin ist. Kann ich alles nehmen. Bottled Water. Okay. Ja, ich habe auch drei frei. Ist doch cool. Das Ding ist weg. Das braucht kein Mensch. Ist nix. Küche aber komplett durch war nix. Ah, okay. Da ist auch nix drin. Da geht es ja nicht runter. Dann schauen wir gleich nach oben. Ah, da kann man noch rein. Ah, eine Leiche im Eck. Jui. Jetzt bin ich aber voll. Ähm. Von der 44er Magnum den Griff in Grau. Den kann ich scrapen, oder? Den kann ich scrapen. Graue Telle werden wir nicht verwenden. Nöp. Ja. Ja. So, rauf da. Rauf, 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 rauf. Immer die Treppe rauf. Ah, lockt. Ich nehme die Tür hier drüben. Mach das. Mach das immer gerne rauf, wenn einmal welche kommen. Da kannst du rundherum laufen, ja. Da ist was für dich. Kacke. Lass mich raten, da ist Kacke. Ja. Ich lasse da alles drin. Lala. Das braune T-Shirt werden wir auch zerlegen. So. Packst du ja noch immer die Sessel rein? Ja, natürlich. Ich zerleg sie. Ah, schon wieder voll. Ah, eine 175er Orange Pistole. Cool. Ja, schön. Ja. Ich glaube, eine Range würde ich eigentlich nicht. Munition habe ich auch. Wo hast du denn die Kacke gefunden? Ah, sicher da drin. Wird sie. Am Ende des Ganges. So, jetzt bin ich voll. Wenn der nächste Hund kommt, schieße ich mit Scheiße. Die Zombie-Dülle ergreift die Verlucht. Ich frage, ob ein Computergesteuerte gegen einen Geruch simuliert haben. Okay. Es wird sowieso schon Mittag. Also. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Schrott alles dahinter gebe. Ja, ich packe. Was tue ich raus? Das ist wieder dieses Sammlerherz. Ah, ja. Zerlege einfach irgendwas. Ich habe nichts mehr zum Zerlegen. Ich habe schon alles zerlegt. Okay. Soll ich raufkommen? Ich habe da ein Sandwich. Das schmeiße ich jetzt raus. Ah, das könnte ich auch nicht nehmen. Ich habe Munition. Wasser und zwei Dosen. Okay. Ich habe Munition. Ja, das könnte ich nehmen. Da sind Patronenhülsen. Die kann auch ich nehmen. 9 Millimeter. Ja, die schmeiße ich da rein. Die nehme ich. Und scharfschützen. Ja, das kann ich alles decken. Sehr gut. Und dafür nimmst du drüben die drei. Ja. Ja. Ich werde von meinem Weinglas trinken. Und dann warte ich schon wieder Arbeit. So. Was ist da? Ein... Ein Sandwich. Ein Sandwich. Das habe ich gerade fallen lassen. Stinkendes Sandwich. Jawohl. Das hast du dir alles gut gemacht. Das Bett da schaut sehr machfällig aus. Da lege ich mich nicht rein. Keine... Ja, da hast du noch Bettwanzen drinnen. Ich glaube das sind die überall. So. Dann Retour. Oder? Ja, ich glaube wir müssen. Kurz mal auspacken gehen. War deine Ansage. Ja, dann springt man mal Retour. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet es wieder ein, wenn wir die nächsten Häuser ausnehmen. Und bis dahin. Viel Spaß. Happy Gaming. Ciao, ciao. Ciao.